Musik Ja, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, ein herzliches Willkommen hier im Festspielzelt zur Vorstellung der Broschüre Zeitzeugen aus Stein, Grabsteine im Wetzlarer Rosengärtchen. Ich darf in unserer Runde ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetzlar mit Herrn Stadtverordnetenvorsteher Udo Volk an der Spitze willkommen heißen. Ich grüße die Kolleginnen und Kollegen aus dem Magistrat unserer Stadt und nenne heute mal stellvertretend neben dem Dezernenten Norbert Kortlück, insbesondere Frau Ute Klaas, die mit die Initiative ergriffen hat dafür, dass diese Broschüre aufgelegt werden konnte und dass wir uns heute hier versammeln können. Von daher auch dir, liebe Ute, an der Stelle einen herzlichen Gruß und einen herzlichen Dank. Ich darf die vielen Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen, Verbänden, Initiativen unserer Stadt sehr herzlich willkommen heißen. Und stellvertretend hatte ich mir vorgenommen, Vertreterinnen und Vertreter des Wetzlarer Geschichtsvereins mit anzusprechen. Denn letztendlich hat Heinrich Klüll, der einmal Ehrenvorsitzender des Wetzlarer Geschichtsvereins war, sich mit dieser Anlage sehr intensiv auseinandergesetzt, bei der Umgestaltung von einem Friedhof zur Promenade im Grunde mit dafür gesorgt, dass doch ein Teil der Grabsteine erhalten blieb. Und er hat sie letztendlich auch in den Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins beschrieben. Und ich denke, damit auch eine wesentliche Grundlage für die weitere Dokumentation gelegt. Mein Gruß gilt aber auch Herrn Dr. Dieter Lefefe. Herzlich willkommen hier an dieser Stätte, die ja in diesen Wochen und Monaten natürlich auch Heimstatt der Wetzlarer Festspiele ist. Und herzliches Dankeschön dafür, dass wir heute Mittag auch hier das Zelt mitnutzen können. Mein Gruß gilt Herrn Olaf Schulz ganz herzlich. Und auch ein herzliches Dankeschön dafür, Herr Schulz, dass Sie uns nachher nochmal Einblick geben in Ihre Arbeiten, die Sie hier durchgeführt haben, wenn wir die Gelegenheit haben, nachher uns ein Stück weit durch die Anlage und durch die Grabsteine zu bewegen. Mein Gruß gilt den Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung der Stadt Wetzlar, die mit diesem Vorhaben, mit diesem Projekt befasst waren und befasst sind. Ich grüße die Mitarbeitenden des Stadtbetriebsamtes mit Herrn Amtsleiter Kai Felder an der Spitze, der Sachgebietsleiter Friedhöfe. Herr Hasse ist leider erkrankt, von daher gelten ihm von dieser Stelle aus die herzlichen Genesungswünsche. Ich darf darüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Büros des Magistrates und insbesondere aus dem Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit willkommen heißen und nenne ganz besonders Frau Tamara Brune, die letztendlich das, was wir hier sehen, so zusammengetragen hat, dass wir eine lesenswerte Broschüre in der Hand halten können. Von daher auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Engagement. Und meine Damen, meine Herren, ich grüße herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und bedanke mich für das Interesse und auch für die Berichterstattung über die heutige Veranstaltung. Ja, ich sagte es eingangs schon, vor vielen Jahren beschrieb Dr. Heinrich Kroll in den Wetzlarer Mitteilungen des Wetzlarer Geschichtsvereins fast 200 Grabsteine des alten Friedhofes, transkriptierte deren Inschriften und übersetzte sie, soweit sie in Latein gehalten waren, denn er war Lateinlehrer. Und 1956 erfolgte eine Dokumentation, die mehr als sechs Jahrzehnte danach zwischenzeitlich vergriffen und auch in weiten Teilen überholt ist. Und von daher ist es auch ganz schön, dass wir heute nun eine neue Broschüre vorstellen können, die sich letztendlich sowohl an Gäste unserer Stadt wendet, die sich mit der Geschichte unserer Stadt auseinandersetzen möchten und vertiefend befassen möchten, aber auch eine Broschüre, die sicherlich für viele Wetzlarinnen und Wetzlarer von Interesse ist, um das ein oder andere anhand der Grabsteine nochmals nachzuvollziehen und ein wenig mehr letztendlich in die Geschichte unserer Stadt einzutauchen. Von daher, ich glaube, wir schließen, liebe Ute Klaas, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, eine Lücke, die geschlossen gehört. Und ich bin dankbar, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt, um diese Broschüre dann aufzulegen und letztendlich den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, den Gästen der Stadt zur Verfügung zu stellen. Und ich wünsche mir, dass diese Broschüre auch einen großen Kreis an Leserinnen und Lesern erfährt, die sich eingeladen fühlen, hier an diesen Ort zu kommen. Und vorgesehen ist, dass Sie nachher, Herr Felder hat eine entsprechende Anzahl an Broschüren dabei, jeweils eine Broschüre ausgehändigt bekommen und wir Sie anhand der Broschüren dann nachher den Weg auch durch die Anlage nochmal nehmen können. Darüber hinaus wird die Broschüre in der Touristinformation vorhanden sein, sodass Wetzlarinnen und Wetzlarer, aber auch Gäste der Stadt, sie in Empfang nehmen können. Herzlichen Dank und ich darf nun das Wort Ute Klaas erteilen, die letztendlich eine derjenigen ist, die ganz maßgeblich zu diesem Projekt beigetragen haben. Herzlichen Dank. Ja, schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid und wir sind ganz froh, dass wir es endlich vorstellen können. Es war ein längerer Weg. Ich habe also einmal den Antrag gestellt in der Stadtverordnetenversammlung, damals noch als Stadtverordnete, weil ich es unheimlich wichtig fand, dass die Grabsteine ja doch Zeitzeuge einer anderen Epoche sind und dass man auch diesen Text erhält und weiter in die nächsten Generationen reinträgt. In der Stadtverordnetenversammlung wurde es dann beschlossen und dann sind die Sachen erstmal ihren Weg gegangen. Es wurden erstmal die einzelnen Grabmale aufgenommen, sie wurden nummeriert, es wurde ein Plan erstellt und dann haben wir aber festgestellt, dass eben ganz viele Grabsteine schon gar nicht mehr richtig lesbar sind. Dann hat der Herr Schulz die Steine zum Teil noch gereinigt. Das würde er Ihnen dann auch nachher noch erklären, wie er das gemacht hat. Und von der Seite her haben wir dann endlich anfangen können, die Texte aufzunehmen. Das war natürlich auch noch etwas schwierig, weil man muss sich ja viel bücken. Ich wollte die Arbeit abnehmen, ich konnte mich aber nicht mehr bücken. Und die Texte waren halt zum Teil trotzdem sehr schwer zu lesen. Und dann habe ich alle Grabsteine nochmal aufgenommen, den Textbereich mit Bildern und konnte das dann am Computer vergrößern und dann doch die Worte dann immer noch wieder rauslesen, sodass wir dann endlich die Texte zusammen hatten. Frau Brune war dann so nett und hat diese ganze Broschüre zusammengestellt und auch diese wunderschöne Gestaltung gemacht. Also ich finde sie sehr gelungen. Sie werden es gleich sehen, Sie bekommen gleich so eine Broschüre. Und so stehen wir heute hier und können Ihnen die Broschüre mitgeben und Sie können sich anhand der Broschüre halt eben auch dann die Grabmale angucken und die Texte nachvollziehen. Ich danke allen nochmal, die an der Broschüre mit beteiligt waren, Herrn Hasse, Frau Brune, Herr Schulz und viele andere noch, dass es endlich so weit gekommen ist und dass wir die heute hier so schön darstellen können. Schulz, mein Name, ich bin hier der Steinmetz und derjenige, der halt hier diese Grabmale wieder so hergestellt hat, wie sie jetzt sind. Also die wurden halt im Zuge dessen, wo das Rosengärtchen so teilweise erneuert wurde, also neu bestuhlt und so weiter, ein bisschen renoviert, auch die Grabmale wieder hergerichtet, die waren stellenweise lose und dadurch, dass es ja eine öffentliche Anlage ist, mussten die halt auch standsicher gemacht werden. Anschließend wurden sie gereinigt. Ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir die Schriften jetzt nicht unbedingt angelegt haben, im Prinzip also mit Farbe, sondern dass wir Abriebe gemacht haben davon, nochmal umzugucken, was da jetzt im Einzelnen draufsteht. und bin da auch eigentlich aus dem Grund auch ganz froh, dass hier jetzt diese Broschüre entstanden ist, dass man das alles halt dementsprechend nachlesen kann. Ich würde sagen, wenn wir jetzt nachher oder gleich hier mal durchlaufen und es hat jemand Fragen bezüglich des Materials und den verschiedenen und unterschiedlichen Schriften, dann kann er das gerne, also mich fragen, dann habe ich da mit Sicherheit auch die ein oder andere Antwort drauf, weil es sind unterschiedliche Schriften, die in verschiedenen Zeitepochen entstanden sind, also Schriften aus der Romantik und stellenweise dann halt auch neuere, die Fraktur und so weiter. Und wie gesagt, wer da nochmal Interesse hat, kann da ruhig nachfragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schulz. Schulz, Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Schulz. Ich denke, wir sollten dann mit dem Rundgang, wenn Sie sich technisch ausgerüstet haben, beginnen, müssen wir auch noch irgendwelche Mikrofone im Ohr haben oder geht das so mit Ihnen? Ich denke, das geht so, ja. Gut, alles klar. Da ist die Nummer 1 vom Grabstein in dem Übersichtsplan und in der Liste, wenn Sie dann chronologisch vorgehen, gegenüber vom Grabstein Karl Kellner, da gehen wir jetzt gerade hier um die Ecke. Das kann man anmachen. Achso, ja, klar.